Es kommt auch bald ein neues Projekt. Es kann sein, dass ihr mitmachen könnt, wenn ihr wollt. Leute, meine Damen und Herren, ich werde ab heute bis Freitag immer um... So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft Skywars. Ich will grad Bettwas sagen, aber ich nicht Bettwas. Ihr seid endlich wieder Gaming. Es ist Gaming-Zeit. Ihr seid gehypt. Ich bin wieder gehypt. Also auf Gaming. Kein Bock mehr auf Hardcore. Wir können jetzt richtig unendlich sterben und keine neue Welt starten. Ihr fragt sich so, warum habe ich das Projekt so schnell beendet? Ich habe auch in Leistung gesagt, ich habe auch schon keinen Bock mehr, weil am Ende kam das halt nur Server-Probleme und keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum das kam. Das hat auch voll abgefuckt. Ihr habt gesagt, ich bin an dieses Projekt. Und ja, ich habe es auch am Ende so in PvP-Szene gemacht. Whatever. Wow, war cool, aber 1.14 PvP, das ist einfach zum Kotzen. Hallo. Hallo, du. So. Also, jetzt kommen wir zu Gaming wieder. Es kommt auch bald ein neues Projekt, aber das wird noch ein bisschen dauern. Seid einfach gespannt, wenn das rauskommt. Es kann sein, dass ihr mitmachen könnt, wenn ihr wollt. Ich würde noch schauen, wie das jetzt abläuft. Aber seid einfach gehypt. Da kommt noch ein neuer Gegner. Ich muss schnell eine Brustpanzer machen. Ihr seht auch ein neues Ressource-Pack. Habe ich da ja nicht selber erstellt. Tschüss, mein Sohn. Habe ich nicht selber erstellt. Das ist ein Mixtap von allen Ressource-Packs, die ich habe. Und ein bisschen auch noch gedownert habe. Okay. Oh, schon vorbei. Oh, lol, schlecht. So, meine Damen und Herren, da sind wir in der zweiten Runde Skywarrers. Ah, der ist in der Nähe, wird gesagt, hä, 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 wie soll ich nicht in der Nähe aufgenommen haben? Also, was ich sagen wollte, wie ein Ressource-Packs, ähm, das ist ein Mixtap, habe ich nicht selber erstellt. Das sind alle Ressource-Packs, ich hatte, habe ich ein bisschen zusammengemixt, weil ich muss erst mal wieder draufkommen. Oh, ich wurde gemoved. Ich muss wieder reinkommen, hier selber als Ressource-Packs zu erstellen, aber ich habe auch gesagt, so, wieso muss ich das wieder, also, wieder reinkommen, weil ich wollte nur wieder ein neues Ressource-Pack, und das wird aber erstmal so bleiben. Das ist, wie das, vielleicht als letzter Ressource-Pack, das ich je gemacht habe. Also, von Mixtap jetzt. Und mehr will ich auch nicht mehr. Hallo. Dann hast du mich selber geheilt. Na, springst du auf mich? Nein, oh mein Gott. Ah, Leute, meine Damen und Herren, ich werde ab heute bis Freitag immer um 20 Uhr streamen, und das wird ungefähr so um 12 Uhr abends laufen. Also, Leute, seid dabei, es wird saulustig, weil ich da nicht ausgeschlafen bin, weil ich brauche irgendwie meinen Schlaf, weil ich bin saualt, ich brauche meinen Schlaf. Ich kann auch nicht mehr so lange durchhalten, keine Ahnung, warum. Wird saulustig, also seid dabei, das wird mega geil. 20 Uhr bis 12 Uhr abends, das wird genial, sage ich euch nur. So, also, schaltet die Glocke ein, weil es wird wirklich lustig sein, es wird sich lohnen, die Glocke aktiviert zu haben. Oh, lol. Also, nicht vergessen, es wird auch heute anfangen. 20 Uhr fängt auch das an. So, also, ja, okay, das ist was. Äh, okay, das lief, okay, das war's. Ich habe euch gesagt, heute fängt das an. 20 Uhr kommt ein Livestream bis 12 Uhr abends, wenn ich das schaffe. Also, hier ist ein Livestream, das wird doch was. Also, lass ein Like da und abonniert mich und schaltet die Glocke ein, um nichts zu verpassen. Bis dahin, ciao.